Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde ja wir spielen jetzt eine Runde Minecraft denn ich habe mir gedacht ich nehme jetzt mal eine Runde alleine auf. Ganz ohne Daniel, ohne alle, ohne, haste nicht gesehen, ohne Tralala und Tralabumsi und dieses Schäfchen geht mir jetzt auf den Zwirn, denn es glotzt mich so komisch an. Aber du könntest eigentlich, ach komm her, hier, du geiles Schaf, komm her, oh ja, genau. So, dort ein rotes Röschen, das nehme ich mir jetzt mal, ein Rosé, ein Rosé. Und was werden wir jetzt hier tun? Wir werden jetzt hier tun, zusammen bauen ein kleines schönes Häuschen und diese Welt sieht scheiße aus. Ja, ich weiß jetzt nicht warum, wieso, weshalb, weswegen, aber das ist mir ein Dorn im Auge. Ein Dorn in meinem Auge. Und es ist wie ein Autounfall, es ist schlimm, aber man muss immer wieder hingucken. Und wir werden jetzt aber trotzdem mal hier so langsam, wir werden trotzdem mal versuchen, hier so, nee, wir werden versuchen, hier so irgendwie mal ein kleines Häuschen zu bauen. Irgendwie, ich weiß noch nicht was und meine Güte, wie viele Schafe sind eigentlich, wie viele Schafe sind eigentlich hier? Hier muss irgendwo ein Nest sein, glaube ich. Naja, ich werde erst mal dieses Blümchen hier irgendwo, so, schön. Ein einsames Blümchen auf der Wiese, des verlassenen Geistes. Und da hinten haben wir schon wieder den ersten Grafikfehler, da baut sich die Welt gerade auf. Auch sehr schön. Und das ist mir jetzt aber allerdings auch relativ egal, denn an dieser Stelle werde ich die Aufnahme schon wieder wenden. Denn es sollte nur ein kleiner Test für mich persönlich sein, ob das funktioniert mit der wunderschönen... ...musik im Hintergrund. Bis dahin, meine lieben Freunde, auf Wiedersehen.